Asset Management mit Amtech Beitrag 2 Lebenszyklusbetrachtung Unternehmen müssen nachhaltig das Gleichgewicht zwischen Kosten und Risiken managen. Und um dies tun zu können, ist es zwingend notwendig, die Produktion von Kosten und Risiken der Assets über deren Lebenszyklus abzubilden. Dazu präsentieren wir in der Folge ein einfaches Berechnungsbeispiel. Wir betrachten ein Asset der Stromversorgung mit den folgenden, frei erfundenen, Eigenschaften. Wiederbeschaffungswert 10.000 Schweizer Franken Nutzungsdauer zwischen 40 und 60 Jahre, im Schnitt 50 Jahre Störungswahrscheinlichkeit In den ersten 40 Jahren konstant bei einer Störung pro 1.000 Jahre, danach steigt diese pro Jahr um zwei Störungen pro 1.000 Jahre. Jede Störung verursacht direkte Kosten von 2.000 Schweizer Franken und führt bei 100 Kunden zu einem Stromunterbruch. Betrachten wir nun die Kosten über den Lebenszyklus anhand der folgenden Frage Wie viel kostet das Asset pro Jahr, wenn es 40, 50 oder 60 Jahre genutzt wird? Die Berechnungen bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren lassen sich leicht nachvollziehen. Teilt man die Investitionen von 10.000 Schweizer Franken durch die 40 Jahre, so resultieren 250 Schweizer Franken pro Jahr. Dazu kommen die Kosten, welche aus den Störungen resultieren. Bis 40 Jahre muss man mit einer Störung alle 1.000 Jahre und daraus folgenden Kosten von jeweils 2.000 Schweizer Franken rechnen. Dies ergibt einen Betrag von 2 Schweizer Franken pro Jahr. Die Kosten bei anderen Nutzungsdauern berechnen sich analog. Für 60 Jahre resultieren Investitionen von knapp 167 und Störkosten von 16 Schweizer Franken pro Jahr. Nach dem gleichen Vorgehen lässt sich auch das Risiko berechnen. Nun haben wir alle Zutaten, welche es braucht, um für Transparenz im Entscheidungsprozess zu sorgen. Dazu müssen lediglich die mittleren Kosten und Risiken pro Jahr für alle Nutzungsdauern in einer Grafik abgebildet werden. In unserem Fall sind dies die Kosten und Risiken für Nutzungsdauern von 40 bis 60 Jahren. Mit dieser einfachen Darstellung kann eine transparente Diskussion über Kosten und Risiken geführt und basierend darauf strategische Entscheidungen gefällt werden. Natürlich lässt sich in unserer Asset Management Lösung Opal diese Darstellung für ganze Portfolios mit unterschiedlichsten Assets erzeugen. Und das Beste daran ist, mit der Wahl des sogenannten Betriebspunktes resultieren automatisch die Nutzungsdauern jedes einzelnen Assets. Das nennen wir bruchloses Asset Management. One Bre果loses Asset Management. Vielen Dank.